Jo, willkommen zurück zu Minecraft So, zack, zack, zack Komm mal hier runter zur Hühnerfarm und hier kommen wir hoch zu den Hunden, zur Aussichtsplattform und Whatever this shit is, nah, man You know, whatever this shit is, you know, oh yeah So, ich bin gleich level 31 Ich glaube, OBS kriegt die Aufnahme nicht gebacken So, das sieht doch vernünftig aus Hier muss ich noch, ähm, ja, ich habe ja noch ein paar Zäune Die setze ich jetzt da hin Setzen wir jetzt da hin Dann haben wir alles schön Ich kann mich noch erinnern, als wir zum ersten Mal diese Treppe gebaut haben Das hat ewig gedauert und ich hatte nie genug Materialien Hm, 47 habe ich noch, ja gut Ja gut, äh, ja, da kann man was draus machen, ne Jo, geh du da, Chopper Geh du da, Chopper So, gehen wir zum Chopper Zack, 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 du musst aufpassen wie immer nicht das ding abhauen dann werden wir die ein bisschen schon ziemlich laut in dem sound dann muss ich hier die ganze zeit ich habe hier echt auf 100 gehabt das ist schon ein bisschen viel zu verleiten ich eure ohren vergewaltigt habe aber ein bisschen ein ganz kleines bisschen wenn ich jetzt der facecam habe will ich so zeigen wie ich es mache so so seht ihr das ist jetzt nicht ich habe keine facecam habe ich euch verarscht wenn die da wohl gerne gell ne könnt ihr nicht ich überlege es mir vielleicht irgendwann vielleicht mal aber ich bin noch überlegen ob ich das überhaupt machen soll ob es sich lohnt dann lohnt sich wahrscheinlich nicht dann kommt irgendwelche leute auf mich zu und kennen mich soll denn der scheiß soll denn der scheiß wenn ich mal leute ab ihr das interessiert uns die leute verlangen dann überlegt es mir noch mal ob ich facecam mache aber naja muss jetzt nicht unbedingt sein ich meine schaut ja eh niemand wenn ihr das steht und sagt ich sehe das dann schreibt die kommentare ich sehe das oder so whatever so ihr schweine jetzt kriegt ihr es ab mit matten hier rein dazu und los geht's kommt ihr schweine ja level 31 das klingt vernünftig da können wir jetzt was dünnes zaubern ich klicke ich jetzt ja eigentlich looting auf mein schwert das muss man gleich mal anschauen wenn ich mein schwert da rein lege so level 32 auch geschafft es ist einfach zu viel los es gibt ob es nicht hin ich hoffe er nimmt noch gescheit auf und ich mich nicht ob es so auf mich zu schicken einfach so level 32 jetzt schauen wir mal wie wir unser diamant sword diamond sword verzaubern können wenn wir das reinlegen weil kriegen wir ja was gescheites mit level 30 ist immer möglich knockback looting 1 looting 1 hätte ich das schon gerne was gescheites raus es ist ja das ist immer das gleiche power und sharpness wenn ich auf den bogen machen können ich meine auf schwert kann ich was kostet ist dann aber drei auf schwert schatten das 3 aufs schwert zu machen x level das ist ja nix aber ich brauche noch mehr sharp ist vielleicht sonst noch drauf mal fährt er vor dann kann ich auf die boots machen gefischen sie ein breaking 1 ich habe noch ein breaking 1 recht jetzt was soll denn das da muss ich mal ein bisschen verzaubern sollte ich eigentlich echt machen ich meine ich brauche looting schon gerne looting aufs schwert halt hinsetzen aber so alles in allem so ein bisschen mehr verzaubern jetzt räume ich hier erstmal meine meine mein inventar auf jetzt habe ich jetzt genug hier genug scheiße die ganze sende rum geschleppt wird aufgeräumt ja als 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 das ist eine sharpness sei apple carrot carrot da haben wir noch siblings ich glaube ich habe noch was im ofen auch nichts drin aber ich kenne raw mutton mehr drin hier haben wir noch cook mutton macht gut und den restlichen scheiß tun wir da rein ich muss mal wieder in die hölle ich habe es ich sage es immer dass ich in die hölle muss aber ich gehe irgendwie nie 30 level ist vielleicht auch nicht ganz so von vorteil ich meine ich könnte meine rüstung noch overpowern gibt es sharpness 5 eigentlich es gibt sharpness 5 ne wir haben die großen komm ich verzauber jetzt halt ein bisschen so sagen wir mal hier efficiency def strider was nochmal def strider ich weiß es echt nicht mehr das ist halt 3 level des aber es hat schon was was habe ich im moment gerade an protection protection 2 protection 3 ist glaube ich eh schon die nächste ich weiß es nicht protection 3 hole ich mir jetzt aber mal mach ich da haben wir noch 29 was habe ich noch smite dazu bekommen naja gut ich füllen der scheiß fire aspect oh fire aspect hätte ich gerne unbreaking 2 nehme ich doch gerne an feather falling 1 ich habe schon feather falling 2 ne unbreaking 2 ist auch nicht schlecht kann man auch immer brauchen dann fire aspect 1 das ist sehr gut dann können wir schon mal fire aspect 2 draus machen thorns protection 1 ich glaube ich hole mir nochmal protection 1 weil ich habe ein protection 1 schon und was haben wir hier smite brauchen wir nicht sharpness smite 2 nehmen wir gleich mindestens smite 2 das heißt gar nichts ich weiß nicht wo ich es hin machen soll power 2 sharpness 1 das hätte ich gerne so was haben wir noch protection 1 power smite 1 nehmen wir protection so dann zaubern wir mal den ganzen scheiß unbreaking efficiency 2 ja gut nehmen wir lieber unbreaking so was haben wir hier nochmal power death strider protection protection 2 haben wir hier unbreaking ne power 1 haben wir schon power 1 gar nichts für power ne ich will power 1 aber haben so nochmal power 1 okay das ist sehr gut können wir es jetzt noch einmal machen efficiency protection und aqua affinity okay ne jetzt wird kombiniert erstmal bester unbreaking knockback da kann ich die sortieren irgendwie noch irgendwas okay jetzt schauen wir mal protection 3 und 2 kriegt man nicht hier power 1 da haben wir aber noch ein power 1 da kriegt man power 2 raus sehr schön und da haben wir unbreaking 1 efficiency 3 wahrscheinlich hier protection haben wir einmal ich weiß nicht nochmal protection habe irgendwo da haben wir nochmal protection können wir immer protection 2 draus machen und hier haben wir einmal sharpness 1 und nochmal sharpness ich bin doch zweimal sharpness hatte ich nicht zweimal sharpness 1 okay aber fire aspect pumpen mal drauf kann ich das aufs schwert gleich machen ne ne geht nicht doch geht 5 level machen wir auch noch smite und sharpness sharpness unbreaking ich glaube hier noch sharpness 1 fire aspect 2 was haben wir hier unbreaking unbreaking further falling smite 2 fire aspect 2 noch back unbreaking 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 2 2 und dann haben wir schon mal was gutes hier power 3 haben wir sharpness 3 haben wir auch guck mal dann mach ich mir hier mal mein stelle ich mir hier grad mein ultimatives schwert zusammen hier fire aspect kommt natürlich auch noch drauf sharpness kriegen wir auch noch höher kommt dann da dann drauf protection wow gut power das wird ja der bogen power 2 ich hab einmal power 3 ok das legen wir hier so hin hier haben wir smite 2 das brauchen wir nicht feather falling 2 das brauchen wir nicht protection 2 ich mal da dazu knockback ja komm aus schwert machen wir mal wollen protection 2 habe ich hier nochmal 3 protection 2 oh die kann ich die kann ich äh zusammen machen dann die protection 3 was kostet denn das und efficiency 3 haben wir auch noch was kostet denn das kostet 4 level oh ja die holen wir uns schnell die 4 level holen wir uns schnell DONOJ